Wir setzen uns als nächstes mit dem Partner nebenüber. Die beiden sind gekretscht. Wir versuchen uns auch im Sitz erstmal wieder das Becken aufzurichten. Nach hinten. Nach oben. Nach hinten. Oben. Das gleiche wie die Brustwürdelsäule. Dass wir auch da aufrecht sitzen. Und auch vom Kopf her. Dass das Kind etwas eingezogen ist. Dass die Brustwürdelsäule ganz gerade ist. Einer von euch nimmt dann die beiden geschreckten Arme über den Kopf. Und übergibt ihn mit geraden Gründen dem Partner. Der Partner kommt entgegen. Übernimmt den Ball. Füttet sich auch auf mit langen Armen. Und übergibt jeder den Ball. Ihr könnt auch den Ball natürlich dreimal auf der rechten Seite übergeben. Und dreimal auf der neben Seite. Der macht es wirklich an. Der macht es wirklich an. Der macht es wirklich an.